Moin Männer, heute müsst ihr stark sein, denn heute habe ich mal keine Uhr für euch, aber vielleicht für die Frau. Ursprünglich sollte es die Uhr von Pagani sein, ist aber leider nicht mehr lieferbar und auch aus dem Programm genommen worden. Schade, hätte gerne die PD 1802 von Pagani zum Vergleich gehabt. Nun gut, ist wie es ist. Also habe ich mir etwas Ebenwürdiges gesucht und bin mit der Hanna Martin, die die gleichen Daten hat und sogar noch etwas günstiger ist als die Pagani, fündig geworden. Warum ich die Uhr bestellt habe und das Video mache, ist, dass mich einfach mal interessiert hat, wie weit diese Uhr von den anderen Modeuhren, wie Paul Valentin, S. Olivia, Daniel Wellington, Liebeskind und Paul Heavitt, die um ein vielfaches Mehrkosten entfernt sind. Für den Vergleich habe ich mir mal die Uhr von Paul Heavitt, Modell Sailor, aus der Sammlung von meiner Frau genommen. Preislich gesehen tritt hier David gegen Goliath an. Spiegelt sich denn auch die Qualität zum Preis wieder? Oder werden hier die Damen noch mehr verscheißert, als wie sie das schon bei den Männern versuchen? Ich habe mit der Paul Heavitt eine Uhr im Preissegment von 200 Euro und die Hanna Martin von 15 Euro. Das sind 7,5 Prozent oder um es deutlicher zu machen, also 92,5 Prozent günstiger. Ist denn die Qualität auch so viel schlechter oder zahlt man hier wieder nur für den guten Namen? Schauen wir uns die beiden Uhren mal genauer an. Norddeutsche Eleganz trifft auf chinesische Cleverness. Eins gleich vorweg, hier geht es nicht darum, die Paul Heavitt-Uhr schlecht zu reden. Im Gegenteil, es ist zu dem Preis eine gute Uhr und meine Frau liebt sie. Die Ausstattung und die Maße sind bei allen Uhren oder bei allen Modeuhren, die ich bereits erwähnt habe, in etwa gleich. Beginne ich mal mit den Maßen. Der Durchmesser ist hier 36,4 Millimeter. Eine gute und gängige Darmgröße. Die angegebene Höhe von 6,9 Millimeter stimmt nicht. Nachgemessen sind das 8,6 Millimeter. Immer noch relativ flach, aber genauere Angaben wären schön gewesen. Der Hornabstand ist 40,6 Millimeter. Bandanstoß und Band sind durchgehend bis zur Schließe 18 Millimeter. Sie ist mit 3 ATM Wasserdichte angegeben und macht auf der Waage mit einem Gesamtgewicht von 57 Gramm eine sehr schlanke Figur. Das Uhrwerk, was hier drin tickt, ist nichts Besonderes. Aber immerhin schon ein zuverlässiges japanisches Quarzwerk mit dem PC-21 von Saiko. Die Ausstattung hält sich in Grenzen, aber für diesen Preis der Uhr angemessen. Wie das einige Mitstreiter rechtfertigen wollen, ist mir schleierhaft. Komme ich aber später noch drauf zu sprechen. Angegeben und verbaut ist hier ein Hardlexglas, was das schlichte schwarze Ziffernblatt schützt. Auf dem sehr dezent gehaltenen Blatt haben wir nur den Schriftzug Hanna Martin gedruckt draufstehen und die schlanken, passgenauen und aufgesetzten Indexstriche. Den Sekundenzeiger bei der analogen Zweizeigeruhr haben Sie weggelassen. Der Stunden- und Minutenzeiger sind sehr schlicht gehalten und passen perfekt zu den Indizes. Eingepackt sind die Komponenten von einem polierten Edelstahlgehäuse. Auf dem Gehäuseboden ist nun nicht so viel los, außer dass sie einen gravierten Sprengdruckdeckel hat. Die kleine niedliche Krone ist zum Rausziehen und hat nur die eine Einstellposition für die Uhrzeit. Die Hörner verlaufen schräg nach unten, was die Uhr zum einen eine schönere Optik verleiht und sich dadurch auch besser an das Handgelenk anschmiegt. Das Armband ist durchaus ein solides und brauchbares Meshband. Es ist komplett aus Edelstahl und für den Preis sehr ordentlich verarbeitet. Die Kippfallschließe lässt sich gut und schnell verstellen und ist ebenfalls aus Edelstahl und verfügt zusätzlich über eine Sicherung. Komme ich nun zum Vergleich und kürze es etwas ab. Die Maße unterscheiden sich minimal und die Materialien sind fast gleich. Fast. Bis auf das Uhrenglas. Bei der Paul Heavitt haben wir statt ein Hardlexglas, ein Saphirglas. Bei dem Uhrwerk bevorzugt die Hanna Martin ein Saikowerk, wo sich die Heavitt ein Schweizer runder Quarzwerk gönnt. In der Wasserdichtigkeit liegt die Heavitt auch leicht vorn. Statt 30 Meter ist sie mit 50 Meter ausgestattet. Und bei dem Meshband am Bandanstoß hat sie einen Schnellwechselverschluss, der leider bei der Hanna Martin nicht vorhanden ist. Sind das die Kriterien, die die Paul Heavitt Uhr so viel teurer machen? Ich lasse das mal so stehen und schaue mir mal die Verarbeitungsqualität an. Auch hier sehe ich keine gravierenden Unterschiede. Beide Uhren sehen aus, als würden sie fast von einem Band gelaufen sein. Gehäuse beide komplett aus Edelstahl. Beide Uhren besitzen einen Sprengdeckel und eine Rausziehkrone. Nicht mal am Edelstahl Meshband sind von der Verarbeitung wie die Bandstärke oder Schließe Unterschiede zu sehen oder zu fühlen. Einen kleinen Unterschied finde ich an der Bandbreite. Bei der Hanna Martin sind es 18 Millimeter und bei der Paul Heavitt 20 Millimeter. Außerdem fällt am Band auf, dass die Heavitt ein Schnellwechselverschluss hat und die Hanna Martin dafür eine zusätzliche Sicherung an der Schließe besitzt. Die anderen beiden Vorteile der Heavitt gegenüber der Martin, wie Safierglas und 50 Meter Wasserdichte, hatte ich ja bereits erwähnt. Und das sind auch die Punkte, wo ich sagen würde, ja, dafür kann man durchaus einen höheren Preis zahlen. Bei allen anderen Modeuhren, die ich euch genannt habe, sind alle Daten, wie zum Beispiel Glas, Sprengdruckdeckel, Japanwerk und Wasserdichte absolut gleich. Werden ebenfalls in Asien produziert und wo sich der Preis wahrscheinlich nur über den Namen rechtfertigt. Hier würde ich sagen, bei den Uhren rechtfertigt sich der hohe Preis mit den gleichen oder mit der gleichen Ausstattung und den Materialien nicht. Und würde hier immer eine Schieneruhr von Hanna Martin für 15 Euro vorziehen. Ja, das war mal ein kleiner Einblick in die Welt der Darmschienerkracher, die mit Sicherheit die eine oder andere brauchbare Uhr haben und wenn man genau schaut, auch findet. Das war's zur Damenuhr von Hanna Martin mit der Modellnummer 3690 BW. Ich wünsche euch viel Kraft und hoffe, dass ihr die Woche auch ohne einer neuen Hommage übersteht. Verabschiede mich, macht's gut und bin raus.